Hallo und Herzlich Willkommen bei RedDogCampbell. Ich bin nun wieder auf direkt nach einem Ticket. Allerdings habe ich das Ticket schon fertig. Ich habe gerade aufgenommen und dann ist auf einmal die Datei kann nicht wiedergegeben werden. Jetzt mache ich dafür ein kleines Video über den stündlichen Tickets und spiele das Spiel American Dad. Ihr habt ja gerade das runtergeladen, meinen alten Account geladen und jetzt will ich mal in Ruhe die 4-5 Quests machen. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Ich muss nämlich in 40 Minuten noch zur Arbeit. Gut. Ja. Okay. Also ich mache Dickfischmannig. Die gehört ja dazu. Und die müsste ich machen. Das wäre also Shopping Tour. Einmal in ein Einkaufszentrum reingehen. Einkaufszentrum. Kosmos. Ach mit denen habe ich nur 5 Stück. Ah, ich brauche noch 12. Oh, das neue Labyrinth. Ich bin schon ewig nicht mehr auf dieses Spiel gewesen. Oh, was ist das hier? Ich versuche später nochmal. Okay, okay, okay. Aber jetzt ist auch der Sound weg. Der Soundtrack ist weg. Hier müsste ich mal jemanden zum Anlernen reinschicken. Als Koch. 2, 2, 2 geht bis 40 war das. 1, 2 bis 20. 2 bis 40. Und 2 bis 40 die noch rein. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Ähm, hier oben waren die Leute. Da muss ich jetzt die besten Leute draus suchen, ich habe. Ich schicke mal den hier da rein. Der ist zwar, glaube ich, fertig trainiert, aber... Oder? Ja, der läuft rum. Gut. Information. Wir brauchen einen Nächsten. Das wäre meine 5 Leute, die normal immer kämpfen. Dann wäre das hier der nächststärkste. Hauks. Kommt's mehr? Da muss ich die nicht mal suchen. Wo kommt der her? Kommt der her? Ah, der kommt hier aus dem... Sportraum. Das war hier also. Du wirst ausgerüstet. Und zwar wirst du... Du wirst ein... Was ist das? Infanterist. Energieladung. Ingenieur. Ach, kann ich gar nicht ausrüsten. Dann wirst du... Kann ich auch nicht ausrüsten. Oder du wirst... Das kann ich auch nicht ausrüsten. Ach. Bis... Okay. Du wirst ein. Revolver hält. Ja. Nehmen wir das beste. Kann ich auch nicht ausrüsten. Ach Mensch. Geht euch? Ne. Nö. Dann kriegst du das. Schmuck. Kann ich ausrüsten. Nicht ausrüsten. Nicht ausrüsten. Nicht ausrüsten. Nicht ausrüsten. Dann bestimmt das ganze Grün hier auch nicht. Hm. Dann geht es hier weiter. Schaden ausweichen. Das ist für Nahkämpfer. Schaden Crit. Genau. Sowas. Und eine Kette. Energierüstung und Gesundheit. Passt schon. Dann gehst du jetzt so lange wieder in dein Rad. In dein Käfig. Gut. Dann suchen wir jetzt den nächsten raus. Das sind die beiden. Jetzt kommt der. Aus dem Sägewerk. Sägewerk. Da ist er am andrücken. Kann ich das schon unterwegs machen. Du wirst ein. Geht nichts. Das. Das geht auch alles nicht. Schade eigentlich. Das geht auch nicht. Das Grüne geht auch nicht. Oh. Du wirst auch ein Revolverheld. Revolverheld. Einstellen. Geht nicht. Geht nicht. Und. Es geht nicht. Dann geht es hier weiter. Lila nennen. Dann nehmen wir den. Da geht alles nicht. Hier geht es weiter. Schaden ausweichen. Schaden Crit. Das ist gut. Aua. Energierüstung. Gesundheit. Ja. Nimmer. Habe ich noch hier. So Dinger. Ab 45. Ne. So schwach habe ich nicht mehr. Also habe ich schon noch. Aber. Mit dem schwach möchte ich nicht. Kämpfen. Sag ich jetzt mal. Habe ich noch. Habe ich eigentlich noch was zu bauen. Paket öffnen. Dann schicke ich jetzt den. Einfach mal hier in der Küche. Verbessern. Zwei Tage. Gut. Jetzt kommt der nächste. Info. Raussuchen. Das sind die drei. Jetzt kommt nochmal. Acht. Außer Münz. Okay. Und. Was wirst du? Du wirst ein. Inji. Ausrüstung. Inji. Nein. Nein. Jetzt bestimmt hier weiter. Gibt es einen mit. Ne. Warte. Das ist bestimmt auch. Wie sieht es sich aus. Nehmen wir den Haas. Das Haas und Kosti. Süß. Okay. Inji. Schaden. Ausweichen. Crit ausweichen. Energierüstung. Brauche ich gar nicht anlegen. Die sind. Verkehrten. Na egal. Dann war. Schaden. Ausweichen. Wie gesagt. Das sollen ja keine. Super Leute werden. Das sollen nur. Leute sein. Die. Ein bisschen mitkämpfen. Der war. Hier. Und. Es geht weiter. Ja. Nein. Auf Info. 1, 2, 3, 4, 8. Sägewerk. Und du wirst. Ein Inji. Ah. Den häng ich mir für den letzten auf. Sonst finde ich den Übergang hier nicht. Weil grüne Sachen kann man den noch geben. Achso. Könnte ich den so nicht geben. Oh. Gut. Dann geht das hier nachher weiter. Jo. Uh. Das war. Weiter Weg. Inji. Gut. Inji. Ich rüstriere die Rüstung jetzt so. Und. Ein Ring. Und eine Gesundheit. Ja. Einmal Gesundheit. Geht zurück zum Sägewerk. Gehen wir wieder hoch. Info. Den Nächsten aussuchen. Um. Und. Da haben wir jetzt. Fünf Leute. Neun. Nummer zehn. Gehen. Und die Leute probiere ich dann die ganze Zeit so zu lassen. Neun. 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 Oh, kriegt auch ein Hasenkostüm. Dritt ausweichen passt, kriegt er hier noch die, oh, das ist für ein Inji. Rüstung, Energierüstung, so. Und das war jetzt ein Koch gewesen. Koch, meine Küche, ach hier, die ist ja im Bau. Info wieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ich brauch noch zwei Stück. Tornado, wo kamst du her, Tornado? Von unten, also ganz unten wahrscheinlich. Ja, weil da hatte ich vier drinnen und hier auch. Nur drei. Du wirst... Ist das hier neu? Ich bin noch auf... Ding in des Bummens. Auf Krieger war ich gerade noch. Warum? Warum mache ich sowas? Egal, ich nehme den hier. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Krieger. Oh, Krieger, oder? Ja, Krieger. Schaden, Crit. Ach, das ist für... Dingenswieder. Können wir nicht nehmen. Könnten wir schon, aber dann muss es ja so als ob wir nichts haben. Nur halt die Rüstung. So, ich gehe jetzt wieder unten arbeiten. Die Elds sind angekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die letzte Person. Dann haben wir 12. Die kommt aus dem Sportcenter hier. Aus dem Laufrad. Du wirst jetzt... War wieder Krieger, ne? Ja, Krieger. Auch ein Krieger. Ausrüstung. Was legendäres kriegst du sogar. Crit. Ausweichend. Das ist gut. Energierüstung. Das ist auch gut. Und... Die kann ich leider nicht mehr benutzen. Schade. Hätte mich gefreut. Hätte mich gefreut. Dann gehen wir jetzt in das Einkaufszentrum. Kostenlos. Die besten Leute. Das sind jetzt meine 12 Leute. Und... Bestätigen. Alles ohne Sound. Und... Dann packen wir die hier erstmal raus. Die werden hier auch direkt gleich nachher Stärke sortiert. Und... Ich packe ja mal die schwächsten als erstes rein. Das sind zwei Krieger. Zwei... Zwei... Injis. Und ein Revolverheld. Das ist super. Da ist ja cool. Dann brauche ich unten nicht mehr drauf drücken. Dann kann ich ja den beiden schön Cola trinken. Aber ohne Sound ist das ein bisschen doof. Bei mir ist einer gestorben. Nein! Nein! Dann kommt der neue Revolt rein. Okay. Hey. Ah, wieder einer dauernd. Noch einer dauernd. Ich brauche zwei neue Leute. Mein Ersatz. Okay, es ist wieder ein Krieger dabei. Das letzte ist auch ein Krieger. Das ist auch gut. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Wir kämpfen gerade gegen der Matrix. Oh-oh. Oh-oh. Wenn ich jetzt die nächsten zwei nehme und da habe ich keinen Krieger dabei, dann werde ich wahrscheinlich verlieren. Aber ich mache es. Trotzdem. Oh-oh. Oh-oh. Oh. Ich bin erstaunt. Das haben sie ja locker weg geschafft. Aber jetzt wird der erste sterben. Die nächsten zwei dauernd. Drei. Oh-oh-oh-oh. Das nimmt kein gutes Ende. Oh-oh. Ein Tank und drei Revolver hin, Mensch. Der Super Tank, der down ist. Wie weit bin ich gekommen? Hm, auch schon eine Ecke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Schwölfe. Dann werden wir die auch noch mal sterben lassen. Jetzt könnte ich beim Video anschauen, damit alle wieder leben. Einen Assistenten kaufen, für die goldenen Scheißhaufen. War ich auch immer gerne, aber naja. Oder die Belohnung abholen. Das werde ich jetzt machen. Belohnung abholen. Schauen wir, was in der Truhe ist. Die wird jetzt dazu geschickt. In einem Briefkasten. Nachricht, da ist sie. Öffnen wir mal. Und das sind halt die ganzen Mats für die, 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 äh. Na, wie heißt denn das hier? Ah, für, für, genau, dafür. Sticker. Hier heißt es Sticker. Maximal, den besten rein. Und einsetzen. Wer war jetzt allerdings einer von? Hier unten nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. War es im Koch gewesen? Ich habe es vergessen. Und der war hier. Tagesquest abholen. Und dann wird es weitergehen. Sieben Turniere machen. Zeit schauen. Ich muss gleich los. Ich glaube, übel aus. Ah, mit dem Turnier, das wird sowieso nichts heute. Äh. Das war, das war hier. Muss man sich anmelden. Warten. Und dann schauen, wie viele Leute online sind. Ich kann ja hier mal Parsikon warten. Wenn wir gleich sehen. Wenn der nächste kommt. Ich gehe mal ins Labyrinth gucken. Das kenne ich noch nicht. 19 Sekunden für ein. 4 geht ja doch ein bisschen schneller. Das kenne ich nicht. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Zufällig. Da ist glaube ich wieder Bunker bei Zero City. Oh, es geht los. Oh, meine Truppe ist schwächer. Und da habe ich auch einen. Okay. Oh, es geht los. Auf die Karte und ins Labyrinth gehen. Du? Ok, zum Labyrinth. Ich nehme die schlechtesten. Bereit. Zum Kampf. Hm, das war doch schon mal schön. Jetzt reicht sich die Kuh noch fürs nächste Turnier. Bereit. 535 erst 29. Ui. Aber er hat glaube ich schon mal Geld bezahlt. Immer gegen den Kämpfen, der vor dir ist. Dann gewinnst du. Nicht immer, aber jetzt werde ich gewinnt. Okay, hauen. Schnell die Sachen abholen. Schnell wieder ins Labyrinth gehen. Er ist noch nicht bereit. Oh. VIP, VIP, VIP. Wie viel Geld hat er da schon reingesetzt? Hm. Aber. Warte auf und packen. Da ist er. Oh. Los, mach. Krampf. Oh. Sieht gut aus. Ein Toter bislang? Ne. Keiner. Jetzt der erste Toter. Sondern ein Toter. Ach. Ui. Ei, 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 ei. Zweite Toter, dritte Toter. Vierte Toter, fünfte Toter. Ah. Die der Waage. Verbliebene Zeit, schnell zur Arena gehen. Kreihen wir uns den. Super. Okay, jetzt schnell wieder zum Labyrinth gehen. Home. Sollen wir das noch schnell ein. Labyrinth. Oh, der Gegner. Ein Verbündeter wartet auf mich. Freiheit und Kampf. Okay. Super. Ach. Leid auf meine Leute rein. Bereit. Auf die Uhr schauen. Zehn vor. Zehn Minuten muss sie los. Guck mal, wenn ich da drauf drücke. Hier. Zum Freund hinzufügen. Und der hat noch fünf. Ich hab nur noch vier. Er kommt bei ersten Level 29. Und seine Armee ist eine Million stark. Ich bin grad mal 994.000. Und ich bin Level 35. Ich bin sechs Level über ihn. Verrückt. Zum Kampf. Oh, eine Minute Zeit nur noch. Oh, eine Minute Zeit nur noch. Einer hat überlebt. Einer hat überlebt. Ahhhh. 35 Sekunden noch. Schnell. Go, go, go. Go, go, go. Bin down. Obwohl ich über hundert mehr Kampfkraft hatte. Egal. Labyrinth. Das war jetzt der. Das muss ich aber schaffen. Das ist um 200 schwächer als ich. Das gleiche muss ich gleich nochmal machen. Normalerweise. Aber. Zum Kampf. Das Turnier ist beendet. Ich bin leider nicht auf dem ersten Platz. Können wir gleich mal schauen. Niederlage. Okay. Das Labyrinth ist auch beendet. Ich hab nichts mehr. Und. Und. Mein Compagnon hat auch nichts mehr. Erkunden. Beenden. Verlassen. Ja. 22 Prozent nur. Hm. 22 Prozent nur. Wichtig ist immer bei dem Spiel, dass du die Sprechblasen weg machst. Also. Jetzt sind nicht die hier. Sondern was die Leute. Die hier zum Beispiel. Weil das ist die. Emotion. Das Glücksgefühl. Und wenn du hier bei 0 bist. Kämpfe deine Schwächer. Also das ist immer wichtig, wenn du das benutzt. So. Jetzt. Hier rein. Eigentlich müsste ich bis da oben hin. 12 Ziele. Aber. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. In ein paar Minuten. Die mir noch bleiben. Ich könnte noch ein Video anschauen. Hier sind die Haustiere. 50. Und dann kann ich noch. Das eine machen. Freunde. Und. Senden. Mein erster Freund. Ion. Gut. Dann werde ich mal sagen. Das war es für heute. Normal wäre ich noch nicht fertig. Aber. Da ich ja gleich auf arbeiten muss. Inversion. Ist sogar auch gerade. Ne. Das ist. PvP. 2 Minute noch. 2 Minute noch. 2 Minute noch. Ein Kampf war ich noch. Und dann. Davon müsste ich jetzt noch 5 Siege holen. Und dann이야. Oh ok. Gewonnen. Weitere kurz. Bei Slahn dauert es mal lange. Naja, lange dauert es auch nicht, aber weil er unter Zeitdruck steht, kommt das einem so lange vor. Go, go, go. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ist bei mir immer so. Ich bricht aufhören und dann... Nein, ich muss weiter spielen. Eine Minute noch. Okay, das war's. Und ich muss ein paar Sekunden los. Wenn er es auch mal Sekunden sehen will. Gut, 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 gut. Aber wenn ich immer ankomme, habe ich sowieso meistens noch 5 Minuten Zeit. Daher. Passt das schon. Das war... mein Gewinnspiel. Mein 2-Stunden-Gewinnspiel. Habe ich daran teilgenommen. Und... Du hast nicht gewonnen. Oh, schade. Wer hat denn gewonnen? Keine Ahnung. Steht nicht da. Auf jeden Fall habe ich nicht gewonnen. Gut, das war's für heute. Ich sag Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.